Ich bin im Fußballcamp und ich nehme euch mit. Milan ist im Fohlencamp, Part 1. Viel Spaß. Wir haben Milan natürlich an seinem ersten Tag begleitet und durften einfach bei der Begrüßung im Stadion dabei sein. Die Kinder wurden einfach alle aufgerufen und durften dann ins große Stadion reinlaufen. Es war so schön zu sehen, wie stolz Milan einfach war. Und wen habe ich da getroffen? Wer kennt ihn? Das dann hat übrigens auch alles für YouTube mitgefilmt. Und da kommt Milan einfach wie ein Star, oder? Seid bitte ehrlich. Dann mussten wir uns aber kurz einmal von Zoe verabschieden, weil die ist jetzt ein paar Tage unterwegs. Während Milan Mittagspause hatte, sind wir eine Kleinigkeit essen gegangen. Das Trainingslager geht von morgens bis mittags und dann fahren wir wieder nach Hause. Wie hat es Milan gefallen? Vor 10. Bis morgen.